Was ist ja in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit ist passiert, dass wir mittlerweile im Januar sind. Viel weiter als wir jemals irgendwie gedacht haben, dass wir mit der Initiative kommen. 18 Stationen, wo weitere Bundesligisten dabei waren. Hannover 96, Schalke 04. Also wirklich großartige Fanszenen. Wir sind hier auf dem Bundesfan-Kongress von ProFans. ProFans ist ein Zusammenschluss von Fan-Ultraszenen aus ganz Deutschland. Wir sind heute hier mit dem Projekt SoccerSound vom Lesbon-Schulenverband und natürlich mit unserer Aktion Fußballfans gegen Homophobie und versuchen hier auch neue Kontakte herzustellen und einfach uns zu präsentieren und zu zeigen, wir gehören halt auch mit dazu. Hier werden heute halt aus Fansicht ganz viele Themen diskutiert, die halt Fanbelange angehen, von Pyrotechnik über Stadionverboten, aber auch was ist eigentlich Fankultur, was steckt da eigentlich hinter, was macht es für einen Fan aus, zu einer Ultragruppe dazu zu gehören. Unsere Aktion, sie wird immer größer und wir können halt immer mehr unser Thema halt auch in Fanszenen, aber halt auch in der Öffentlichkeit platzieren. Nächste Woche, Dienstag Mittwoch, findet in Hennef die DFB-Dialogtagung zum Thema Homophobie statt und da hat man uns halt als Experten jetzt mit eingeladen und das ist natürlich auch aus dieser Aktion Fußballfans gegen Homophobie mit entstanden, dass die halt uns dann speziell für das Fan-Thema auch eingeladen haben. Dann können wir ja mal die E-Mailer, das ist echt auch egal, das können sie gönnen und nicht unschreiben. Bei unserem Auslösspiel in Braunschweig haben wir das selber nicht mitbekommen, dass das Banner hing. Wir haben natürlich mitbekommen von der Initiative oder beziehungsweise von dem Projekt und sind halt darauf aufmerksam geworden und haben uns den Stand gesehen und haben uns gedacht, quatsch mit den Leuten, sagt mal an und eventuell, ob man dann weiter noch zusammenarbeiten kann, weil das halt auf jeden Fall eine super Aktion ist, weil es halt auch auf jeden Fall ein bisschen publik gemacht werden muss, mehr und weiter und das ist halt eine gute Sache und da muss man halt zusammenarbeiten. Ich bin Claudia von FAIR. Mein Name ist Claudia, ich bin von FAIR, Football Against Racism in Europe und wir sind eine europaweite Organisation, ein Netzwerk von verschiedenen Gruppierungen und Organisationen, die sich gegen Diskriminierung im Fußball engagieren, gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie, Diskriminierung von Behinderten, gerade Homophobie in Deutschland. Menschen sprechen darüber, dass das nicht akzeptabel ist, aber in anderen Ländern gibt es halt noch viel größere Probleme, wo das noch gar nicht angesprochen wird. Das ist ja natürlich total wünschenswert, wenn das auch woanders gezeigt wird, das Banner, wenn Fangruppen sich dafür interessieren und auch Stellung beziehen. Das ist schon auffällig, dass da sehr, sehr viele, gerade junge Leute mittlerweile das Ganze unterstützen. Es gibt mittlerweile auch richtige Anfragen von Köln beispielsweise, dass sie halt sagen, okay, uns reicht das Banner gar nicht. Wenn, dann müsst ihr schon mit vor Ort sein. Wir wollen mit euch eine Diskussionsveranstaltung führen. Wir bekommen auch öfter Anfragen mittlerweile, ob wir das Banner nicht international quasi machen wollen. Und ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020